Hallo, das ist der Simon von Leinöl. Wir haben hier ein neues Album, das heißt Winter und ein Song darauf heißt Abendruhe. Das ist von Mozart und wir haben das so gelöst auf der Gitarre. Das Intro ist so. Mit Flageolet-Töle zum Schluss. Das ist ein G. Die Strophe ist dann so. Dann geht es auf D. H-C-E-Moll. H-C-E-Moll. Dann geht es auf C. H-C-E-Moll. 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 Das wiederholt. H-C-E-Moll. Ungefähr, also nur mal langsam, Gmol und F, dann geht's wieder mit der Strophe weiter. Ja, so ungefähr schaut das Lied aus auf der Gitarre. Das ist natürlich ein Duett mit dem Klavier und der Gesang dazu ergibt es dann im Großen und Ganzen. Danke fürs Zuschauen.